Die Leute müssen dringend in ein Krankenhaus. Zu wem gehören sie? Zurück! Die sind vom inneren Kreis. Wo ist Makarov? Seht mal, die hatten Sprengsätze. Das hier war ihr nächstes Ziel. Gold Eagle, Sprengladungen im VIP-Bereich. Keine Spur von Makarov. Verstanden. Bereich sichert. Rundum ist alles gesperrt. Wenn Makarov weg will, muss er schnell sein. Sind fünf Minuten entfernt. Lassen Sie ihn nicht entkommen. Verstanden. Die Tiefgarage. Bestätigt. Sprengsätze sichern. Dann zum sekundären Exfiltrationspunkt. Verstanden. Die Tür ist exerbe kaputt. Hier, wir nehmen den Aufzug. Ziehen Sie. Ziehen Sie. Entdeckung. Könnte Makarov sein. Abstand. Treppenzug. Raus aus dem Fahrzeug. Abkommst! Der Hott, Alter. Schnell in Sicherheit. Los! Da kommt ein Fahrzeug. In Deckung. Ausgeschaltet. Vorwärts und sichern. In einem Rettungswagen. Öffnen. An die Tür. Die Hände hoch! Kozuluk! Jesus Christus. Er ist es. Wladimir Makarov. Raus aus dem Fahrzeug. Sofort! Ganz vorsichtig. Das ist weit genug. Und jetzt keine Bewegung. Durchsuchen. Sie haben Angst, Käpt'n. Was sollten Sie? Schnurzen. Auf die verdammten Knie! Er ist sauber. Wollt ihr mich töten? Kam hier in den Sinn. Ihr solltet es tun. Und ich warte dir, du sagst deinen Männern, sie sollen aufgeben. Dafür wurden sie nicht ausgebildet. Das ist mehr eure Strategie. Achte auf ihn. An alle. Wir haben Makarov. Beginn Extraktion. Roger, John. Sie werden um ihn kämpfen. Darauf zählen wir. Okay, nach links. Wir sichern die Fahrzeuge und rücken vor. Roger. Na los! Sicher! Weg um! Guck, sowas zum Beispiel. Amerika hat gegen Russland jetzt. Wir laufen in einem Balle. Wenn du zum Beispiel Russen gut leiden kannst, weißt du, dann spiel das mal. Das ist voll assi, alle, dann sowas zu spielen, weißt du. Bring Makarov her. Wir rücken vor. Ihr kommt hier nicht raus. Das heißt, ob du auf dem Kumpel zahlst, alle. Eiergal. Komm jetzt. Go, Bro. Bring Makarov her. Hier geht sie zum Ausgang. Meine Leute, lass mich nicht kommen. Lass Makarov nicht aus den Augen. Alles sicher. Bring ihn her. Hau ab, Makarov. Oh, echt jetzt. Kanky. Denkt ihr, ihr könnt mit mir hier rausspazieren? So, wo tragen wir dich aus? Behalte ihn im Auge, Sergeant. Meine Festnahme bedeutet gar nichts. Sie bedeutet, dass du verlierst, du Sergeant. Sei kein Narr. Also Makarov immer vor dir. Wachsam bleiben. Ich verliere nur, falls ihr meinen Plan richtet. Ich verliere nur, falls ihr meinen Plan richtet. Kank! Ich verliere nur, falls ihr meinen Plan richtet. Kank! Oh! Okay. Das ist so egal, das ist so egal. Weet so massivieren! Wir sind aus dem NDR! Erinn! Ihre Partei! Das war overall! Wir sind aus dem NDR! Erinn! Wir sind aus dem NDR! Wir sind aus dem NDR! Wir sind aus dem NDR! Ich verliere nur, falls ihr meinen Plan durchkreuzt. 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 Okay, das war nicht eingeplant. Ich verliere nur, falls ihr meinen Plan durchkreuzt. Okay. Ich verliere nur, falls ihr meinen Plan durchkreuzt. Ich verliere nur, falls ihr meinen Plan durchkreuzt. Natürlich muss ich meinen Plan durchkreuzt. Das war's für heute. Was ist das? Bestätigt! Schnapp dir Makarov und dann los! Sob, nimm du ihn! Nimm Makarov, Sergeant! Ich nehme ihn! Hier sind wir nicht sicher! Wir müssen weiter! Ihr seid nirgendwo sicher! Komm, Bro! Halte Makarov in Bewegung! Ihr lauft in eine Falle! Bring Makarov her! Wir rücken vor! Behalte ihn im Auge, Sergeant! Los! Dein Glück verlässt dich, Makarov! Ich bin hier! Weil ich eine Botschaft habe! Ich bin hier! Los! Dein Glück verlässt dich, Makarov! Ich glaube nicht an Glück! Ich glaube an Planung! Pech! Ist nur schlechte Planung! Gehört das Verrotten im Gefängnis auch zu deinem Plan an? Einen Mann kann man einsperren! Eine Ideologie! Nicht! Haben wir einen Weg gefunden, Sergeant! Weiter! Unsere Berufung lebt in uns! Sie kann nicht unterdrückt werden, solange auch nur einer von uns lebt! Ich bewundere euren Mut, aber... Verfluche eure Dummheit! Kümmer dich um dich selbst! Mir nach! Er wird dich noch umbringen! Zeig alle Seiten! Wir haben die Stauhege! Nicht nur... Er ist auch Veteran, aber... Gott, du bist kein Soldat! Du bist ein Kriegsverbrecher! Auch ein medizinischer Helfer! Was ändert dich daran, ihm zu helfen, Sergeant? Du! Das ist deine Entscheidung! Du warst das! Nicht wir! Das sind unschuldige Leute! Niemand ist unschuldig! Du von diesem Scheiß! Ich bin durch! Hier läuft es rein! Ich sehe den Ausgang! Hier lang! Halte Makaros in Bewegung! Ihr lauft in eine Falle! Komm, komm! Weiter! Zeit, dich ein paar von meinen Freunden vorzustellen! Oh! Wo sind sie? Ganz nah! Das sind meine auch! Du hast verloren, sieh's ein! Du denkst immer noch an Sieg! Denk an Erfolg! Das Böse geht dein! Lass mal Karof nicht aus den Augen! Ah! Ich bin hier! Neulich! Eine Botschaft habe! Ah, gut! Ist ja gleich, ne? Oh Gott! Ich sehe den Ausgang! Hier lang! Ich hab gedacht, am Ende ist das jetzt was Neues vorerst! Halte Makaros in Bewegung! Ihr lauft in eine Falle! Bitte! Zeit, dich ein paar von meinen Freunden vorzustellen! Oh! Wo sind sie? Ganz nah! Das sind meine auch! Du hast verloren, sieh's ein! Du denkst immer noch an Sieg! Denk an Erfolg! Das Böse geht dein! Inner! Frieden sieht man nicht! Den Krieg hingegen schon! Sie greifen an! Ich hab Makaros! Schalte sie aus! Du hast's grundsätzlich! Ich bin die Anhaltung! Die Anhaltung! Gehen die Anhaltung! Neu! Auf die Knie. Keine Bewegung. Rann ans Tor, Sergeant. Öffne es. Andere Seite, Bladimir. Schnell. Gold Eagle, wir sind draußen. Ostseite des Stadions. Wie ist der Status? Bravo.